Hey, wenn Freiheit abhängig ist davon, wie Menschen sich um mich herum benehmen, dann gibt es leider keine Freiheit, weil ich kann nicht alle Menschen um mich herum kontrollieren, eigentlich noch nicht mal eine Person. Ich kann es versuchen, aber es wird immer kläglich enden und es wird niemals Freiheit hervorbringen, weil Freiheit ist eine innere Realität. Und was, wenn wir aus dieser inneren Realität leben lernen? Christus hat dafür bezahlt, Christus hat alles in uns angelegt, damit das geht und ich nicht mehr ein Opfer der Umstände bin, was jemand gesagt, nicht gesagt, hätte sagen sollen, hätte, wäre, wenn, dann. All diese Abhängigkeiten vom Benehmen der anderen, Jesus hat uns tatsächlich davon befreit und es ist nicht nur eine nette, schöne Geschichte, sondern es ist möglich, dort zu leben. Ein Leben, pass auf, ich weiß, es ist schockierend, aber ein Leben, wo man nicht mehr verletzt werden muss. Boom, habe ich das gerade gesagt? Ja, habe ich. Mein Name ist Konrad Max Gille und ich möchte dir ein Online-Programm vorstellen, wo du genau das lernen kannst, nämlich die Heldenschule. Wahre Helden sehen aus wie Jesus Christus, sind frei wie er, leben aus derselben Quelle wie er, sind ausgerüstet wie er und können deswegen auf dieser Erde jetzt schon frei leben. Wow, das ist so gut, um wahr zu sein. Ich sage dir, ich glaube das von ganzem Herzen, ich erlebe das und es ist Zeit, dass ich mit dir das teile und dich mit hineinnehme und dir diese Sachen, diesen Lebensstil, diese Möglichkeiten an die Hand gebe, also dass du selber darin leben kannst. Das ist meine Einladung an dich, teilzunehmen an der Heldenschule. Sei dabei, schau dir hier an, wie das funktioniert, was das bedeutet. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, so gut du kannst, wird es dein Leben langfristig radikal verändern, weil etwas in dir sich verändern wird und zwar deine Perspektive. Das kann dir niemand wegnehmen, egal wo du bist, was du tust, wo du herkommst, völlig egal. Diese Perspektive ist Ewigkeitswert, kommt nicht von mir, sondern aus dem Himmel, aus der Bibel, aus dem Wort Gottes und ist eine Realität, in dir der Heilige Geist uns befähigt zu leben. So sei dabei, melde dich an. Die Heldenschule ist was für dich, wenn du glaubst, dass wahre Veränderung immer bei einem selber anfängt und wenn du dich veränderst, wird automatisch deine Umgebung verändert und das ist, was die Welt verändert. Ich freue mich, dich dabei zu haben. Ich freue mich, dich dabei zu haben.